Mein Name ist Jakob Beckhausen, ich bin Baumwolleiter der Gemeinde Fischbachtal. Und es umfasst alle Aufgaben, die in so einer kleinen Bauverwaltung aufkommen. Von der Wasserversorgung bis hin zu Baurechtsfällen, Bauleitplanung oder Kanalisation. Ist da alles dabei, ist es vielfältig und immer wieder spannend. Ja, willkommen in meiner Wirklichkeit. Also allein schon in meinem Beruf habe ich in meiner Person selbst verschiedene Wirklichkeiten unter einen Hut zu bringen. Dadurch, dass ich verschiedene Abteilungen in einer Person vereine und auch natürlich von den Bürgern. Es gibt Bürger, die eine Wirklichkeit, eine offensichtlich andere Wirklichkeit haben, als ich die Welt wahrnehme. Und auch wieder eine andere Wirklichkeit haben wie andere. Und hier das Zusammenleben zu organisieren, kann dann durchaus schwierig sein. Die Schatterstiftung ist deshalb wichtig, weil sie eine gute Plattform für einen offenen, ehrlichen und auch Dialog bietet, ohne dass man Angst davor haben muss, irgendwas zu äußern. Es ist inspirierend. Man geht immer mit einem guten Gefühl nach Hause und hat das Gefühl, die Welt zu verändern. Und es wäre schön, wenn dieses Gefühl man nach außen tragen kann und das Gefühl dann auch an Dritte weitergeben kann, dass sich tatsächlich auch in der Gesellschaft, in der Welt langfristig was bewegt.